Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rise of the Republic mit den Römern und Carthago hat hier ein bisschen Dampf abgelassen wir haben bei Taras bisschen Dampf abgelassen ohne dass er sich gewährt hat ach hier haben wir noch öffentlich um und ich wurde gefragt was wie ich um das rum switche das ist Komma und Punkt also Punkt ist vor, Komma ist zurück da kann man die ganzen Provinzen abklappern ach da habe ich nur das da Prozent genau aber das Prozent habe ich auch in meinem Tutorial erwähnt dass entweder schon draußen ist oder bald kommt nennen 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 dann Taras zeigt mal was du hast also Taras hat er gerade ähm eher größere Probleme gegen Syrakos beziehungsweise er kämpft mehr gegen Syrakos als gegen mich was ich bemerkenswert finde und und Carthago macht gerade hier Stuck Athene gibt uns Weisheit und Ares mhm so Agent wurde entdeckt welcher? Kind geboren Alter schon wieder sehr heftig Minus 15 Minus Loyalität sichern Loyalität nicht sichern Loyalität auch nicht sichern naja mhm dann erreiche ich das mal kurz zurück Bam Unterwerfen? ich 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 kann äh warte was ist es das letzte Gebäude von den Kartagern ja ja Kartago ist weg also jetzt jetzt nicht weg weg aber das war Kartagos letzte das ist Junge wieso 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 bist du dann hier oben das macht doch das tut mir jetzt aber fast leid dann hätte ich ja Kartago ja zu zu meinen Klientel machen können oh mann das tut mir jetzt aber echt leid wo ist denn die wo sind denn die Armeen von dem? häh 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 krass Kartago ist draus das ist ja richtig heftig krass krass Kartago ist draus könnte ich eigentlich echt machen. Ich lasse ihn ja jetzt hier eine Siedlung erobern und dann unterwerfe ich ihn, weil das da ist ja, das ist ja eine Provinz, die nicht zu meiner Familie gehört. Und dadurch, dass er da ist, dann kann er sich mit den abtrünnigen. Hey, das ist keine schlechte Idee, finde ich. Okay, das hat bisschen wehgetan. Das hat gerade ein bisschen sehr in der Kabel, bei der Kabel habe ich wehgetan. Erfahrungsränge. Ne, ich mache auch das dabei, mit der, wenn wir ja jetzt nicht mehr so viel erobern, äh, kann ich mal rekrutieren. Gut. Baubricht. Siedlung erobern, Ressourcen erhalten. Unter Kontrolle und Ressourcen erhalten. Äh, mal schauen, ob die nochmal ankommt. Gut, äh, du rust dich jetzt mal aus. Wie lange rust du dich aus? Fünf Runden? Eieieiei. Er braucht ein, zwei, drei, vier, fünf Runden bis unten. Ja, die brauchen ein bisschen länger. Okay. Nächste Runde. Uiuiuiuiuiuiui. Ja, Tarras, äh, du verhältst dich gerade genauso wie Persien mit, äh, Alexander, ne? Mit dem Makedonien. Der hatte den Alexander auch erst mal, ähm... Der Junge, was ist denn los mit dir? Mh, der hat sich ne Alexander auch erst mal, äh, ziemlich lange ignoriert, bis er irgendwie vor, ähm... mehr oder weniger vor seiner Haustür war. Naja. Gib ihm das seine. So. So. Schade, dass du den nicht, äh... Äh, ich habe Kavallerie. Aha. Ähm, wo kommt der her? So. Sie dürfen kommen. Das nähert sich haltliche Unterstützung. Von da, okay. Das heißt, er wird wahrscheinlich auch da, da kommen. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Das ist ja wunderbar. Die Kavallerie gehen mal jetzt raus. Die Römer sind bereit! Wir haben sich zu ruhen! Unser General wird angegriffen! Gleiches Moment. Noch ein Hörbuch. Ich bin nicht sicher, es darf Transáriierke奇怪 sein. Das war jetzt ein Teil der Römer. Ich bin zufrieden. jetzt gehe ich mal auf seine Fährenkämpfer drauf das hat aber gecheckt wir haben die versteckten feindlichen einheiten entdeckt wir haben die versteckten feindlichen einheit entdeckt das war gar nicht so schlecht Alter die haben die Kawellerie von dem Platz gemacht wir haben die versteckten feindlichen einheiten entdeckt das ist ja krass cool wir haben die versteckten feindlichen einheiten entdeckt wir haben die versteckten feindlichen einheiten entdeckt eine unserer einheiten hat ihre gesamte munition verbraucht die die römer sind bereit ihre Pflicht zu tun zu befehl zu befehl zu befehl zu befehl zu befehl römer da gibt es in einer Bank gewartet hat bis ich fertig bin äh bis ich äh Alter das gleiche kommen wir seine krassen Sardinenbogenschützen da eine unserer einheiten hat ihre gesamte munition verbraucht eine unserer einheiten hat ihre gesamte munition verbraucht wir haben die versteckten feindlichen einheiten entdeckt eine unserer einheiten hat ihre gesamte munition verbraucht wir erwarten unsere Befehle alles zu beendern mhm da kam es mal bei der Wies zu befehl uns brengt die Linie Prinz die Telle wir da unsere Männer fliehen vor der Schlacht das ist ein schrecklicher Atem ja ok das war es jetzt oh man jetzt ist der wieder da aber war nicht schlecht war nicht schlecht der hat ja ich hab mehr gekillt als warte ne hey Verlust 300 300 äh 630 und ich 633 aber trotzdem hat der ah egal der fängt langsam an zu nerven der Typ aber noch eine um das das darf der das darf er und jetzt mache ich ihnen zu zu mein Kling Tier er er verlass annulliert weiter ok ähm warte mal ich will jetzt mal bei dieser hitze kann ich keine narren ertragen na gut so dann machen wir jeweils mein Klientel ja super super und da können wir wieder auf Nahrung gehen und du stirbst jetzt nochmal ach der da ähm 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 oh Tempel so wie geht's denn unseren Taras schlecht hoffe ich aber dich behalte ich nochmal hier damit du damit du ah hier spiel ohne sehr gut sehr gut ähm oh Entschuldigung tut mir leid ich hab mir nicht aufgepasst da geht's sehr sehr schön unterwegs ähm was so dann gehst du mal Kriege erklärt ähm Plotte zerstört Zwicklung verloren Zwicklung verloren Erlass erteilt damit zerstört so dann die 501 die bleibt da Wolfpack äh der bleibt da auch der geht da hin der bleibt da der geht schon so wie sieht's denn hier was haben wir da alles öffentliche Ordnung hier und da hier machen wir und hier machen wir mal ein Militär da geht's gerade sehr gut deswegen kann ich das machen so öffentliche Ordnung so 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 ich bin durch jetzt geht's langsam also auch mit mit dem Geld so 8000 pro Runde damit kann man echt was machen und Taras fängt jetzt an hoch zu marschieren das ist interessant Richtung Richtung Norden ich bin mal echt gespannt wie lange es dauert bis ich endlich diese blöde Insel da unterworfen hab Kartagischer Kommandant äh ein Kartagischer ein ups Entschuldigung ein Kartagischer sei Militärschiff geht an euren Häfen vor Anker der Schiffskommandant behauptet Teil einer größeren Flotte zu sein die an eurer Küste patrouilliert um sie für den Seehandel zu sichern sollen wir das zulassen äh ja die sind ja jetzt äh unsere Verbindeten abgesehen davon die haben keine die haben keine die haben keine wirkliche Flotte mehr die sind die sind am Bobbis so wieso falle hä fallen Pfeile in der Dunkelheit und plötzlich äh kleine Hinterhalte die Einheimischen haben sich geschworen jeden ein Trilling von ihrem Land zu vertreiben da ist das jetzt als und zu uns gilt von von einem Typen oder was das ist ja krass das ist ja geil gefällt mir so jetzt kann ich hier ist ja auch nix was ist denn los mit dem das 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 Wulfpäck auch angekommen so genau der fährt nach unten, Alter Taras ist ja riesig, okay Taras hat quasi Syracus vertrieben und Syracus hat dann Carthago vertrieben und Carthago hat bei mir einen neuen Hafen gefunden, oh, sehr schön, Beute auskämpfen, Moral, Darum brauche ich jetzt eigentlich, also hier habe ich, genau, hier habe ich alles, 10 Moral für alle, Flüstung für Generals Einheit, okay, gut, dann machen wir das, dann habe ich glaube ich alles, ja, super, schon mal noch kurz, was die nächste Runde bringt und dann haben wir es für heute auch schon wieder Oh, die habe ich, ah, das war die wahrscheinlich, die ist so, und die hat sogar was geschafft, oh, jetzt gibt es einen Hinterhalt, mit drei Armeen ist er da, Uh, das wird noch mal spannend, das wird spannend, Einheit Bestechen, wurde durch die Bestechung eines, waren überzeugt, sich aufzulösen, nee, oder? Willst du mich verarschen? Das sind Gold, oh, da ist es, drei, vier, fünf, sechs, sieben, vier, vier, sieben, das sind eben doch immer noch 20 vielleicht hat sie es nicht geschafft ich hoffe dann werden wir machen ja heute eine lange Folge Juli Juli Lacht von Nuraxi die sanften Giganten das ist, äh ziemlich heftig es nähert sich haltliche Unterstützung und der General wird angegriffen Nachkampfkammel ist vorwärts, schnell vorwärts! Rekoriade! Kommandant! Kommandant! Feliz fest! Schnelle Nachkampfkammel! Bitte raus für eure Bescheid! Wir schossen doch in die Bereiche! Rekor spinnen! Rekor finnen! Wir arbeiten! Wir leben! Rekor finnen! Rekor finnen! Cool, das halt der einfach halt daneben steht, ne? Rekor finnen! Rekor finnen! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition vertraut. Die Römer sind bereit, die Römer sind bereit, die Römer sind bereit. Die Römer sind bereit, die Römer sind bereit, die Römer sind bereit. Die Römer sind bereit, die Römer sind bereit, die Römer sind bereit. Die Römer sind bereit, die Römer sind bereit, die Römer sind bereit. Okay, da sind ja noch welche. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Die Römer-Dirова sieht der Römer sind bereit, die Römer sind bereit, die Römer sind bereit. ich kann nix sehen wir haben die versteckten feindlichen einheiten entdeckt eine unserer einheiten hat ihre gesamte munition verbraucht die 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 eine unserer einheiten hat ihre gesamte munition verbraucht sehr gut ja war am schloss dann noch mal echt spannend also so ein general ist einfach richtig 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 heftig ich halte die ganze Zeit motivieren kann das ist halt das mit dem Motivieren jetzt einerseits um ich habe Angriff Abwehr Präzision und Nachladefähigkeit das ist halt krass der Motivieren ist einfach ja nochmal dasselbe Banner heben Einflussbereich Nahkampf Abwehr und dann sammeln ist Moral das ist halt also zweimal was für Angriff und Verteidigung und Moral und also Einflussbereich auch noch die sind richtig heftig ja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 14 16 17 18 19 20 also ich habe immer noch 20 die die allen Adels umschützen doch nicht ganz so unheftig die die Männer waren und ich komme gleich ich komme gleich heute noch durch ne wir gehen gleich da die die alles umschützen jetzt Prozent zündlich im Wald haben die halt auch richtig Bonus und Prozent und Prozent die Kavalerie hat da ich nicht so aber ich tue jetzt mal den General heraus weil wir haben schon öfters erlebt dass dann der General einfach so gestorben ist ah sehr schön Knapper Sieg äh fand ich jetzt gar nicht so knapp als 270 uuuh 360 150 oder 300 also die waren echt heftig krass also ähm er hätte ähm die 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 Ballisten äh die Skorpione hätte er viel viel mehr beschützen müssen ooooh 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 ich tue das richtig weh es ist an der Zeit unser Übereinkommen zu beenden okay ich so bin ich hier sei nicht wahr äh vertrauensfähig es ist uns bekannt dass Wohlstand eine Last sein kann ja ihr habt wohl Münzen übrig wenn ihr nicht ich jetzt der will nicht unter 600 gehen komischer kurz katharischer Politiker ein Mann wird vor euch gebracht ihm wird vorgeworfen einen katharischen Beamten getötigt zu haben er bietet euch jedoch eine große finanzielle Spende an ähm 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 die Fallschirmärzte vermieden werden schickt den Mann in seinen Vertiaten einfach ähm ich habe ich brauche gerade kein Geld eine Torte wird erwachsen ähm jetzt habe ich das da das finde ich aber gar nicht äh ich geh mal zurück nach Hause und äh leck mal oh leck meine Wunden und du wirst jetzt bestraft ähm das ist aber gerade nicht gut ok die haben den Nicht-Angriffs-Pakt mit mir gesch- gestört beziehungsweise ähm abgebrochen ich gehe mal hier raus so ach ähm ich hab ja schon überzogen gut dann danke fürs Zuschauen ich hoffe euch hat's gefallen und wir sehen uns das äh nächste Mal wieder bis dann macht's gut und Bye Bye mit für bis dann mit Bis zum nächsten Mal.